Jo meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Frag Kuchen. Hier beantworte ich Fragen, alles mögliche zum Thema Influencer, Persönliches und alles, was noch so dazu gehört. Es wäre übrigens mega, wenn ihr uns Fragen für die nächste Folge in die Kommentare stellt. Ja, es werden fast nur irgendwelche Trollfragen oder dämliche Sachen gefragt. Einer hat gefragt, ob ich Warhammer 40k kenne. Geile Frage, Bro. Perfekt für dieses Format. Deswegen würdet ihr uns auf jeden Fall wahnsinnig unterstützen, wenn ihr uns da einige Fragen dalassen würdet. So, wir fangen auch direkt an mit der ersten Frage. Was sind deine Ziele für 2024? Ja, ich interpretiere die Frage jetzt einfach mal so, dass von YouTube und Influencer-Zeug und so weiter ausgegangen wird und jetzt nicht privat. Da ist natürlich, keine Ahnung, einfach durchziehen. Eine schöne Zeit mit meiner Familie und vor allem auch mit meinem Sohn haben. Aber ich denke, das ist ja auch relativ normal. Ja, ansonsten meine Ziele auf jeden Fall für dieses Jahr sind, dass ich YouTube und generell so dieses ganze Online-Zeug auf jeden Fall mehr durchziehe. Ich habe jetzt so in den letzten Monaten so ein bisschen gemerkt, dass man es irgendwie hat schleifen lassen, wo man sich dann aber auch selber ärgert, weil es momentan wirklich sehr, sehr gut läuft. Und ja, jetzt möchte ich quasi einfach wieder anfangen, erstmal auf KuchenTV wieder die vier Videos in der Woche rauszuhauen. Darüber hinaus aber zum Beispiel auch auf Eikuchen wieder anzufangen, vernünftig Videos zu drehen. Ich habe das ja jetzt zu so einem Mini-Kuchen-Talks-Kanal gemacht, wo ich auch so Meinungsblocks hochlade zu Themen, wo es sich einfach nicht lohnen würde, ein komplettes Kuchen-Talks dazu zu drehen. Und da möchte ich versuchen, irgendwie ein oder zwei Videos in der Woche zu drehen, je nachdem, wie ich halt durchkomme. Dann die weiteren Ziele sind natürlich auch meine anderen Channels. Also erstmal meinen Reaction-Kanal will ich auf jeden Fall jetzt wieder richtig durchziehen mit zwei Videos am Tag. Auch da war ich so ein bisschen demotiviert nach der Twitch-Sperre, weil ja, YouTube kommt einfach nicht an Twitch ran. Also es war wirklich teilweise so, wenn ich bei YouTube gestreamt habe, dass ich zwar mehr Zuschauer hatte, so teilweise so, keine Ahnung, 2000 bis 3000. Aber es sind halt wirklich in der Minute gefühlt zwei Nachrichten gekommen. Oder nicht gefühlt, die Chat-Frequenz, man sieht das ja bei YouTube, im Dashboard waren wirklich zwei Nachrichten in der Minute. Und bei Twitch hast du selbst mit 400 Zuschauern hast du halt 1000 Leute, die da reinschreiben. Ja, trotzdem. Und ja, das demotiviert natürlich einfach auf lange Sicht so ein bisschen. Ist ja irgendwo auch verständlich, denke ich. Das heißt, da will ich durchziehen. Jetzt bin ich ja auch wieder auf Twitch im Band. Da kommen wir auch gleich zu noch mit einer Frage. Und auch das möchte ich jetzt wieder richtig durchziehen. Mindestens vier, fünf Mal die Woche. Zumindest, wenn ich meinen Sohn nicht habe, möchte ich da auf jeden Fall jetzt aktiv durchhauen. Dann ja, natürlich den Ponyhof-Kanal. Den will ich auch durchziehen. Also mein Ziel ist es für dieses Jahr, die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Momentan haben wir ja, glaube ich, so 58.200 oder so. Das heißt, so unrealistisch ist das tatsächlich auch gar nicht. Könnte man also auf jeden Fall ganz gut erreichen. Und ja, wir wollen auch die anderen Kanäle wieder durchziehen. Also beziehungsweise halt den Timotimothy-Kanal. Da wollen wir auch anfangen, ab diesem oder nächsten Monat wieder Videos zu bringen. Da haben wir ja so Challenge-Videos hochgeladen, so Lifestyle-Videos und so weiter. Und das war eigentlich immer auch ganz cool, weil man da auch sehr nice zum Beispiel mit seinen Freunden und so weiter kooperieren kann. Ja, also das kann ich ja zum Beispiel mit dem Kuchen-TV-Kanal jetzt nicht wirklich, außer dass man die dann vielleicht mal in einem Clip oder sowas sieht, in irgendeinem Sketch, den ich reinmache. Ansonsten sind die Videos halt relativ schwer, mit anderen zu drehen. Und bei dem Timotimothy-Kanal, da haben wir zum Beispiel mal im Tiki-Kinderland gedreht. Da haben wir dann irgendwie Fortnite gespielt und andere Challenges gemacht. Das ist halt erstmal super lustig zum Drehen, gerade wenn man währenddessen vielleicht den einen oder anderen Cuba Libre getrunken hat. Und ja, es ist halt einfach cool, wenn du da mit anderen da kooperieren kannst. Da müssen wir nur gucken, weil ich glaube, Timo will da sehr viel Qualität drin haben und eher aufwendige Sachen. Ich habe halt leider nicht die Zeit dafür. Aber das sind auf jeden Fall so die Ziele. Dann will ich den Podcast mit Tommi auf jeden Fall jetzt wieder durchziehen, dass wir mindestens eine Folge in der Woche machen. Also beziehungsweise die eine Folge in der Woche einfach hochladen. Das war ja leider vorher auch nicht der Fall. Und es kommt auf jeden Fall bald ein Podcast mit Zoe Mathea. Den wollen wir auch durchziehen. Da haben wir auch schon die erste Folge aufgenommen. Da hat Kevin, mein Thumbnail-Typ, leider relativ lange gebraucht, bis er das mal fertig gemacht hat. Ich denke, ab diesem Sonntag wird dann eine Folge kommen. Und dann gucken wir mal, dass wir das wöchentlich auf jeden Fall immer hinkriegen. Und ja, das sind auf jeden Fall so meine Ziele. Also sich wieder mehr fokussieren auf YouTube, Twitch und so weiter. Weil ich sage mal, gerade wenn ich meinen Sohn nicht habe, habe ich theoretisch den ganzen Tag Zeit. Also es wäre eigentlich dumm, das halt nicht zu machen. Und YouTube und so ist halt eigentlich so eine einmalige Chance irgendwo, die man halt hat. Und ich bin mir sicher, dass ich mich in fünf oder zehn Jahren, wenn es aus welchen Gründen noch immer nicht funktionieren sollte, ich mich wahrscheinlich mega ärgern werde, wenn ich nicht durchgezogen habe. Ja, weil du ja so krasse Möglichkeiten einfach hast. Deswegen will ich auch außerhalb davon auf jeden Fall den Needed Shop zurückholen. Wir haben ja mal eigene Kleidung rausgebracht und auch die möchte ich wieder online anbieten. Und dazu sogar noch ein Trinkspiel, was wir mit Tommys lehrreiche Lehrfilme rausbringen. Also was ich mit ihm rausbringe. Das ist auch schon fertig. Auch das wird demnächst in die Produktion gehen. Auch da möchte ich auf jeden Fall komplett durchziehen. Und ja, ansonsten halt Reels und TikToks drehen. Da habe ich ja schon so ein bisschen mit angefangen. Also eher so humorvolle Sachen da hochzuladen. Aber auch da möchte ich halt auf jeden Fall jetzt weiter durchziehen und mindestens zwei, drei Videos in der Woche machen. Macht auch Spaß. Keine Ahnung. Irgendwie entweder es geht bei Instagram ab oder bei TikTok. Aber gerade Instagram läuft eigentlich sehr, sehr gut bei mir. Deswegen wäre es umso dämlicher, wenn man das nicht durchziehen würde. Ja, und das sind halt quasi so meine Ziele. Also einfach mal weniger chillen, weniger Zeit verplempern, sondern arbeiten. Natürlich in einem Rahmen arbeiten, dass man trotzdem noch Zeit für Familie, Freunde und so weiter hat. Das ist klar. Ich will jetzt kein Arbeitstier sein, was 24 Stunden nur im Büro ist. Aber natürlich muss ich relativ viel machen. Die zweite Frage. Wie geht es dir nach dem Twitch-Urteil? Ich habe hier übrigens einige Fragen zusammengeworfen. Wie ist es gelaufen? Müssen sie jetzt Schadensersatz zahlen? Und was glaubst du ging bei Twitch nach dem Urteil ab? Und wie war das Gefühl bei der Urteilsverkündung? Ja, fangen wir vielleicht mit dem letzten als erstes an. Das Gefühl war wirklich sehr befreiend. Das Ding ist, am Anfang hat der Richter auch gesagt, dass man erstmal klären muss, ob denn das Gericht überhaupt dafür zuständig ist. Denn Twitch hat ja in der Monetarisierungsvereinbarung, die ich ja auch unterschrieben habe, eine Schiedsgericht-Klausel. Das bedeutet, dass man zu einem Schiedsgericht nach amerikanischem Recht gehen muss, also in Kalifornien dann, dass ich da quasi klagen muss. Da hat der Richter dann aber zum Glück auch richtig festgestellt, dass ja quasi meine Rechte als Bürger dann einfach komplett eingeschränkt werden. Denn ich habe ja keine Möglichkeit dagegen etwas zu machen. Also Twitch bietet mir das an und das ist ja nicht so, wie wenn das jetzt ein normaler Unternehmer ist, sage ich mal, dass man verhandelt und dann beide kommen zu dem Entschluss, okay, wir wollen das darüber regeln. Sondern entweder ich unterschreibe das oder ich habe halt einfach Pech. Das war am Anfang, ja, war das Gefühl nicht ganz so gut, auf jeden Fall während der Verhandlungen. Ich wusste ja, dass ich nichts falsch gemacht habe und dass auch der Sperrgrund keine Begründung ist, mich sperren zu lassen. Aber hätte der Richter jetzt gesagt, nö, wir fühlen uns dafür nicht verantwortlich, wäre das natürlich nicht so gut gewesen. Zum Glück hat der Richter da, wie gesagt, dann das richtige Urteil gefunden. Wie ging es dir oder was denkst du, was bei Twitch nach dem Urteil abging? Also ich denke auf jeden Fall, dass die sogar davon ausgegangen sind. Also es gab ja schon viele vergleichbare Fälle, ob das jetzt ein Skurrus ist oder Orange Morange oder auch andere Streamer. Und die sind ja alle wieder freigekommen. Twitch hat nun mal einfach nicht die Möglichkeit, Leute einfach so sperren zu lassen. Es ist so, dass die vor dem Amtsgericht in Dresden sogar mal damit durchgekommen sind. Und tatsächlich aber am 25. Januar, also ganz neu, hat das Landgericht in Dresden das Ganze wieder verworfen und gesagt, dass man den Nutzer wieder freischalten muss. Das ist halt quasi das Einzige, worauf sich Twitch beruft, ist halt immer, dass es nach amerikanischem Recht geht, weil man es ja auch unterschrieben hat. Wie gesagt, kann man damit als deutschen Bürger aber seine Rechte und vor allem auch seine Grundrechte im Endeffekt gar nicht durchbringen. Weil wie willst du das machen, wenn deutsche Gerichte einfach gar nicht zuständig sind? Und ja, ich denke, dass sie davon tatsächlich ausgegangen sind. Twitch hat jetzt auch die Möglichkeit, noch Berufungen dagegen, nicht Berufungen, sondern in die Hauptsache zu gehen, also ein richtiges Verfahren zu eröffnen, wo das Ganze dann neu verhandelt wird. Kann ich mir aber ehrlicherweise nicht vorstellen. Also in der Vergangenheit hat Twitch das auch nicht gemacht. Die sind noch nie weiter dagegen vorgegangen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass denen das so wichtig ist, mich sperren zu lassen, weil ich bin ja jetzt nicht der kleinste Streamer, aber ich bin auch kein Riese. Ich bin keiner, der irgendwelche Verschwörungstheorien oder sonst irgendwas postet. Kann ich mir halt nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass das Twitch schon zu 90 Prozent gewusst hat, dass sie da auf jeden Fall verlieren. Und da verstehe ich halt sowieso nicht, warum sie da Nutzer immer permanent sperren. Hätten die mich jetzt für drei oder sieben Tage gesperrt, wäre das rechtlich zwar auch mehr als fragwürdig gewesen, aber ich wäre halt irgendwann wieder da gewesen. Man hätte gar nicht klagen müssen. Das ist alles so viel unnötiger Stress und so weiter gewesen. Ich meine, auch Twitch hat jetzt ja wieder Kosten. Die haben auch sehr krasse Anwälte, die, das wird auch eine fünfstellige Summe geschluckt haben. Jetzt muss Twitch fast den ganzen Prozess zahlen. Also das hat sich auch für die nicht gelohnt. Klar ist ein Milliardenunternehmen, also Twitch weiß ich jetzt nicht, aber zumindest Amazon, denen gehört das ja. Aber trotzdem sehe ich da halt den Sinn nicht drin, immer irgendwelche Nutzer zu schikanieren, dass man sagt, nee, ihr bleibt jetzt für immer gesperrt. Verstehe ich nicht, warum da Twitch überhaupt sich die Mühe macht. Muss ich jetzt Schadensersatz zahlen? Also muss Twitch mir jetzt Schadensersatz zahlen? So rum, nicht andersrum. Ja, auch dafür müsste ich in ein Hauptsacheverfahren gehen. Ich denke aber nicht, dass sich das lohnt. Also ich werde das nicht tun. Erstmal ist mein Anwalt, Dr. Nick Sarafi, übrigens richtig krasser Anwalt, hat Twitch auf jeden Fall komplett verlegt, zerlegt, sorry, hat richtig gut gearbeitet, ist natürlich aber auch relativ teuer. Und sagen wir mal, selbst wenn ich am Ende gewinne, muss Twitch ja nur meinen Anwalt nach der Gebührentabelle bezahlen. Das ist nicht allzu viel, das heißt, auf den meisten Kosten würde ich sitzen bleiben. Und selbst wenn ich jetzt einen Schadensersatz zugesprochen kriege, sagen wir mal 5000 Euro so als Beispiel, dann würde das komplett die Anwaltskosten fressen. Plus du hast natürlich den Stress, die Kopfschmerzen, du musst den Anwalt trotzdem erstmal bezahlen. Und ich weiß gar nicht, ob es so einfach ist, Schadensersatz einzuklagen. Damit habe ich mich tatsächlich nicht befasst, weil für mich ist wirklich einfach nur das Wichtigste, dass Twitch einfach wieder da ist. Für mich ist Twitch eine so, so wichtige Plattform. Also erstmal natürlich, dass ich da eine eigene Community habe. Ich habe irgendwie 350.000 Follower auf der Seite. Dazu ist es so eine eigene Community auch. Ich habe jetzt auf Twitch gestreamt und na klar, viele Leute hat man wiedererkannt. Viele neue waren aber auch da, viele alte hat man gar nicht mehr gesehen, was auch immer sehr schade ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr zurückkommt. Und ja, dazu ist es halt einfach, finde ich, die beste Streaming-Plattform. Und natürlich, was noch viel wichtiger ist, ich durfte ja auf Twitch gar nicht in Erscheinung treten. Ja, also ich war nicht beim Monte-Event. Ich war ja nur danach zur Aftershow-Party da. Dann hätte ich auch zu keinem anderen Event kommen dürfen. Selbst wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dass ich irgendwo eingeladen bin, gibt es keine Möglichkeit, dass ich da in Erscheinung trete. Denn Twitch behält sich halt vor, wenn jemand gesperrt ist, dass der erstmal kein Thema sein darf. Das heißt, es gab ja auch keine Reaction, gar nichts. Also meine Meinung wird auf Twitch gar nicht mehr gehört. Und ich habe auch nicht mehr die Möglichkeit, dass, wenn jetzt zum Beispiel Monte darauf reagiert, dass ich neue Zuschauer und Klicks bekomme, weil er das einfach nicht darf. Übrigens da auch Respekt, also danke auf jeden Fall an Monte. Der hat sich nämlich tatsächlich, nachdem das gewesen ist, hat er sich nochmal bei mir gemeldet und hat mir auch, ja, so alles Gute gewünscht. Also quasi Glückwunsch gesagt. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich denke auf jeden Fall, dass wir da in Zukunft hoffentlich wieder auf einige Reactions uns freuen dürfen. Und ich habe jetzt tatsächlich klicktechnisch gar keinen Nachteil gemerkt, lustigerweise, daran, dass Monte jetzt nicht mehr auf mich reagiert hat. Aber trotzdem ist es natürlich klar, auch wenn man mal guckt, wie mein Kanal vorher gelaufen ist, dass mich das wirklich schon sehr, sehr krass unterstützt hat. Und, ja, da bin ich einfach wieder froh. Ich darf jetzt auch mit anderen kooperieren. Ich darf wieder gemeinsam mit Leuten streamen und so weiter. Und das Ganze hat einem irgendwo schon gefehlt, ne, mit so einem Jakob Rätsel oder sowas. Wenn ich dann auch auf seinem Kanal irgendwie noch dabei gewesen bin, wenn der hier war oder so. Das sind alles Dinge, die man gar nicht mehr machen durfte. Und, ja, das war schon sehr, sehr schade. Deswegen geht es mir tatsächlich gar nicht um den Schadensersatz. Also, ne, die Frage ist sowieso, wie viel Geld habe ich verloren? Also, erstmal das, was ich vielleicht an Reactions verloren habe oder an Zuschauer, die ich dadurch gewonnen hätte, das in den Maßstab zu setzen, ist schon mal super, super schwierig. Und für Gerichte natürlich nochmal deutlich mehr, weil die ja nichts damit zu tun haben. Auf der anderen Seite, ja, ich hatte natürlich Verdienstausfälle dadurch, dass ich nicht auf Twitch streamen durfte. Aber ich habe alleine mit meinem ersten Stream auf YouTube, glaube ich, 800 Euro oder sowas verdient. Und das waren jetzt ja nur eineinhalb Monate. Also ist sowieso die Frage, ob ich so viel weniger verdient habe. Deswegen ist mir das die Kopfschmerzen einfach gar nicht wert. Ja, und wie geht es mir noch in dem Twitch-Urteil? Sehr erleichtert, wie gesagt. Also auch das Gefühl bei der Urteilsverkündung. Am Anfang habe ich das gar nicht gecheckt. Und mein Anwalt hat dann halt den hier gemacht. So, jawohl, wir haben es geschafft. Und, ja, einfach glücklich. Wirklich, einfach komplett glücklich. Ich sage mal, das Recht war von Anfang an natürlich auf unserer Seite. Aber Recht haben und Recht bekommen ist natürlich ein Unterschied. Und ich bin einfach komplett erleichtert. So, ich bin einfach wirklich happy. Mal abgesehen von den ganzen Gründen, die ich euch gerade genannt habe, ist das halt auch ein richtig gutes Argument. Und natürlich in der Auseinandersetzung mit der Woke Bubble, nenne ich sie jetzt einfach mal, auf Twitter und Twitch und alles, was dazugehört. Weil deren Argument war ja die ganze Zeit, ja, guck mal, du hast den Stream so krass übertrieben. Ist klar, dass du gesperrt wurdest. Und jetzt habe ich wirklich ein Urteil im Namen des Volkes, was gesagt hat, nein, ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Und Twitch darf mich nicht aus diesem Grund sperren. Und vor allem auch nicht einfach so sperren. Ja, also die Twitch-Anwälte haben wirklich nicht ein einziges Zitat genannt, sondern haben wirklich einfach nur gesagt, dass ich Hassrede betrieben habe. Der Richter hat auch gefragt, welche Zitate denn genau. Und die konnten wirklich kein einziges Zitat nennen. Die haben einfach nur gesagt, ja, also KuchenTV muss ja erstmal das Gegenteil beweisen. Also kein Spaß, die haben halt wirklich so argumentiert. Und ja, das wäre meiner Meinung nach wirklich ein Riesenfehler gewesen, wenn die Twitch-Anwälte sich nicht mal die Mühe gemacht haben, wenigstens Teile dieses Streams zu sehen. Also es gibt ja auch Ausschnitte, die auf Twitter und so weiter verbreitet worden sind. Und es wäre wirklich unfassbar, wenn Twitch wirklich so durchkommt. Das wäre auch jetzt für andere Fälle wäre das halt sehr krass gewesen, weil Twitch hätte damit schwarz auf weiß. Guck mal, wir müssen euch gar nicht sagen, warum wir euch sperren. Es reicht, wenn wir sagen Hassrede. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir dieses Urteil jetzt auf jeden Fall haben. Noch lustiger ist, die meinten auch, dass ich von Twitch ja gar nicht abhängig bin als Seite. Und dass deswegen okay ist, dass ich gesperrt bin, weil in meiner Bio bei Twitter steht YouTube-Millionär. Finde ich sehr gut auf jeden Fall. Da steht übrigens auch Politiker und Model bin ich auch tatsächlich. Also ja, ich glaube, die Twitch-Anwälte haben tatsächlich alles drauf gesetzt, dass diese Schiedsgericht-Klausel zählt. Also, dass ich nach Amerika gehen muss zum Klagen. Was ich auch nicht verstanden hätte, als deutscher Bürger sind, finde ich, deutsche Gerichte auf jeden Fall zuständig. Twitch hat auch eine GmbH in Deutschland. Also, ne, die haben auch eine Niederlassung, wo man auf jeden Fall dann auch vollstrecken hätte können. Twitch hat mich ja zum Glück, ich glaube, in der Nacht oder am Morgen auch direkt freigeschaltet. Also da trotzdem danke an Twitch, weil, ja, die hätten jetzt auch irgendwie ein paar Tage wahrscheinlich halt noch warten können. Haben mich aber direkt freigeschaltet. Also da auf jeden Fall danke für. Ja, und ich bin happy. Je nachdem, wann dieses Video hier kommt, bin ich vielleicht sogar schon online. Dann, ja, guckt auf jeden Fall rein in den Stream. Denkst du, ZMAX hat seine Skandale aus Aufmerksamkeitsgründen gemacht oder nur, weil er dumm ist? Ja, also von dumm distanziere ich mich natürlich. Er ist kein dummer Mensch. Er hat nur dumme Aktionen gebracht. Also, ich denke tatsächlich, dass er diese Sachen eher gemacht hat, weil er da nicht so viel drüber nachgedacht hat. Also ich meine, zum Beispiel das mit dem Kacke auf den Bus werfen Ding war eigentlich klar, dass das halt einen Skandal auslöst. Ich glaube, das Problem bei ZMAX ist einfach, und das kenne ich selber so ein bisschen als Influencer, er ist ja noch relativ jung. Ich glaube, er ist 20 oder sowas. Und da ist man natürlich auch charakterlich noch nicht so ganz gefestigt und hat noch nicht die nötige Reife, wie er zum Beispiel einen 25- oder 28-Jähriger haben sollte. Und ich glaube, dass man da halt schnell so ein bisschen über die Strenge schlägt. Und das Problem ist halt, dass gerade wenn du halt in jungen Jahren dann schon so eine große Reichweite hast, dass die Fehler natürlich auch ein krasses Ausmaß haben. Wenn er jetzt 1000 Abonnenten gehabt hätte, hätte das wahrscheinlich niemanden gejuckt, außer ein paar Dislikes. So war es halt so, dass jeder Fehler, den er gemacht hat, hat direkt dafür gesorgt, dass 20 Leute darauf reagieren. Das Ganze wurde komplett medial ausgeschlachtet von den Leuten und dementsprechend steht er dann negativ da. Und ich glaube nicht, dass er das aus Aufmerksamkeitsgründen gemacht hat, also zumindest die meisten Videos nicht. Es gibt bestimmt ein, zwei Skandale, wo er damit gerechnet hat, dass das so abgeht. Ich glaube, sonst ist es halt einfach, dass er da nicht drüber nachgedacht hat. Zum Beispiel dieses Corona-Prank-Video, was er gemacht hat. Ich glaube nicht, dass er das gemacht hat, weil er dachte, okay, ist ein Skandal, sondern weil er sich dachte, hey, Corona geht gerade rum. Ich mache halt dieses Fake-Video hier, damit ich Corona in den Titel schreiben kann. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Grund gewesen ist für das Video und nicht, weil er Aufmerksamkeit wollte. Beweisen kann es natürlich nicht. Ansonsten, gegen Ende hin, ich weiß gar nicht, was er noch für Skandale überhaupt hatte. Er hat ja mal dieses Heul-Video gemacht da mit seiner Ex auf jeden Fall. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er das wegen Aufmerksamkeit gemacht hat, sondern ich glaube, er war einfach gebrochen in dem Moment und wusste nicht so ganz, was er machen soll. Ansonsten hat er ja immer viel gelabert, aber nicht umgesetzt, wie meine Videos werden jetzt besser und so weiter. Ich glaube, dass Simix da jemand ist, der halt gerne den Weg des geringsten Widerstandes geht. Also klar, er könnte jetzt natürlich fünf Stunden in einen Videoschnitt und so weiter investieren oder sich einen Cutter holen und den bezahlen. Wenn das aber am Ende genauso viele Klicks hat wie ein Video, was er in zehn Minuten hinrotzt, dann würde ich mir die Mühe höchstwahrscheinlich halt auch nicht machen. Deswegen denke ich nicht, dass er das aus Aufmerksamkeitsgründen gemacht hat. Vielleicht so ein, zwei Skandale zum Schluss. Also jetzt hat er ja wieder ein Video gedreht gehabt vor einem Monat oder zwei, wo er gesagt hat, dass er mit YouTube aufhört und hat ja nicht aufgehört. Also das war hundertprozentig nur für Aufmerksamkeit, hat ihm im Endeffekt aber auch nichts gebracht. Er hat genauso wenig Klicks wie vorher. Aber ansonsten denke ich tatsächlich, dass er über viele Dinge wenig nachgedacht hat einfach. Man merkt ja auch, dass er jetzt weniger Skandale hat. Also zumindest kriege ich jetzt so nichts mehr mit. Er hat jetzt auch nicht mehr die größte Reichweite. Deswegen gehe ich davon aus, dass er nicht drüber nachgedacht hat. Aber nicht, dass er dumm ist. Findest du nicht auch, dass Shuyoka im Moment genau dasselbe provokante Verhalten an den Tag legt wie der Drachenlord? Dann hat man halt das Gefühl, nee warte, denn man hat das Gefühl, dass sie mit ihrem Verhalten versucht, um jeden Preis relevant und im Gespräch zu bleiben. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also erstmal kann ich natürlich nicht in Shuyokas Kopf reingucken. Das ist alles, was ich hier sage, ist nur mein Gefühl. Bitte nicht abmahnen auf jeden Fall. Also ja, sie hat momentan ein sehr provokantes Verhalten, was sie an den Tag legt. Auf der einen Seite kann ich sie, wie gesagt, sogar so ein bisschen verstehen. Natürlich seit zwölf Monaten ist es so, dass sie immer wieder Videos abbekommt. Das ist ja nicht mal nur von mir, sondern auch, keine Ahnung, ein paar Montel Reactions, ein Jay Riddle, ein Tobias Hoch, der auch immer wieder Videos macht. Und ich kann es natürlich irgendwo verstehen, dass man irgendwann auch davon genervt ist, wenn jetzt die ganze Zeit Videos gegen einen oder über einen erstellt werden, die meistens eher einen negativen Kontext haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, also sie gibt einem natürlich auch alle Gründe, um das zu tun. Also ich will jetzt hier nicht alle ihre Punkte wieder hochholen, aber allein in ihrem letzten Stream hat die ja wieder so weirde Aussagen gebracht. Über sieben Stunden, also die hat wirklich sieben Stunden über uns gelabert und ist dann offline gegangen. Also Props auf jeden Fall dafür. Also ich kriege es im Stream meistens nicht mal hin, fünf Minuten bei einem Thema zu bleiben, weil mir das Thema dann irgendwie zu langweilig wird. Und die macht da wirklich, zieht da sieben Stunden durch. Ich glaube, dass momentan ist das Ding bei ihr, dass sie rechtlich auch einfach nicht so gut beraten wird. Und ich glaube, deswegen ist sie halt gerade so ein bisschen provokant. Und wenn man sich beispielsweise den letzten Stream einfach so anguckt, dann hat sie beispielsweise gesagt, dass sie auf jeden Fall vor Gericht gewinnen wird. Und ja, sie sich da zu 100 Prozent sicher ist. Ungefähr, sinngemäß hat sie das so gesagt. Und ich kann euch halt sagen, weil ich auch die, also was heißt jetzt so krassere Anwälte auf jeden Fall habe, die Höcker-Anwälte mit Dr. Rosenau im Schlepptau ist halt einfach eine, also eine Triple-A-Anwaltskanzlei in Deutschland, ganz klar. Und wir werden das auf jeden Fall gewinnen. Also man darf andere der Lüge bezichtigen. Wie gesagt, wir befinden uns gerade in einem Schlagabtausch. Da darf man generell härtere Wörter wählen. Denn, ich meine, sie hat mich auch Kackklappen genannt beispielsweise oder hat mich auch schon anderweitig auf jeden Fall angemacht, sage ich mal, damit so Dinge wie, dass ich misogyn bin, dass ich eine Hetzkampagne gegen sie starte und so weiter. So wahrscheinlich kann ich das alles auch abmahnen oder bestimmt einige Sachen davon. Und so, ich sehe da aber nicht den Sinn drin. Das Ding ist aber, mit du lügst, denkt sie halt, dass sie einen krassen Punkt hat. Aber wie gesagt, ist es ja keine falsche Tatsachenbehauptung. Also erstmal gibt es ja Punkte, wo sie nachweislich gelogen hat oder wo man zumindest auf den Schluss kommen kann, dass sie gelogen hat. Und das werden wir vor Gericht halt auch so vortragen. Deswegen, weiß ich nicht, ist sie sich, glaube ich, einfach geradezu sicher. Und dann wird man natürlich auch schnell mal provokant, weil man sich halt so denkt, so ey, das Ding ist doch sowieso im Kasten. Ich meine, in dem Stream hat sie auch gesagt, dass ihr Name als Marke eingetragen ist, irgendwie seit drei Jahren. Und ja, sie mich deswegen auch abmahnen möchte. Also ich interpretiere das jetzt einfach mal so, dass sie denkt, weil Shoyoka im Titel steht oder vielleicht mal in Thumbnails, dass sie denkt, dass das schon eine Markenrechtsverletzung ist. Also wenn ihr mir das als Abmahnung schickt, also dann ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Weil, also wenn du deine Marke eintragen lässt, dann bedeutet das nur quasi, dass kein anderer diese Marke nutzen darf, um Geld zu verdienen. Also ich dürfte jetzt zum Beispiel keine T-Shirts rausbringen, wo Shoyoka steht beispielsweise. Je nachdem, was sie hat schützen lassen. Online kann man das einsehen, da steht zum Beispiel auch keine Headsets, ich dürfte jetzt keine Headsets mit Shoyoka als Schriftzug rausbringen beispielsweise. Was anderes ist aber natürlich die Berichterstattung. Natürlich verdiene ich trotzdem damit Geld, aber im Fokus liegt ja nicht, sage ich mal jetzt so, ihr Name oder als rechtliche Person sie, sondern das ist ja einfach eine Berichterstattung. Also laut ihrer Argumentation dürfte dann auch, keine Ahnung, NDR Niedersachsen hat über meinen Twitch-Bann geredet, dann dürften die weder KuchenTV noch Twitch schreiben, denn Twitch ist auch eine eingetragene Marke. Dann dürfte auch niemand ein Video zu Nike machen oder, keine Ahnung, Smilodogs oder irgendwelche anderen Firmen. Also ja, ich glaube, sie ist, ich glaube, sie ist halt in einer sehr verzweifelten Position und ich habe da auch schon mit anderen Leuten drüber geredet. Ich glaube, das Ding ist halt einfach, dass sie sich irgendwie nicht zu helfen weiß. Sie ist halt sehr weit, also sie lebt wirklich sehr krass in ihrer eigenen Welt, meiner Meinung nach, ja. Also sie hat ja wirklich, keine Ahnung, noch keinen wirklichen Fehler eingesehen. Also alleine in diesem 7-Stunden-Livestream, ja, zu diesem fucking Kind beispielsweise, habe ich ja in meinem Video schon was gesagt. So, und das Einfachste wäre zu sagen, hey, okay, tut mir leid, es war nicht so gemeint. Das würde ja schon reichen, es war nicht so gemeint. Damit gibt sie nicht zu, dass dieses fucking als Wort, als Beleidigung benutzt gewesen ist, aber dass es in Ordnung ist, dass ich das so auffasse, dass ich vielleicht das Gefühl hatte. So, nicht mal das macht sie, sondern sucht dann irgendwelche Videos von mir von vor Jahren raus, um zu sagen, ja, du hast aber auch mal fucking gesagt. So, und so, ich glaube, dass sie einfach in der Position ist, wo sie sich so krass in ihrer eigenen Opferrolle sieht, dass sie da auch einfach nicht mehr rauskommt. So, ich glaube, das Problem ist halt auch, sie ist ja mit Freiraumrie und so weiter auf jeden Fall befreundet, dass die das Ganze, glaube ich, auch noch befeuern und ihr zusprechen, anstatt einfach mal zu sagen, hey, es reicht, hör einfach auf damit, das ist nicht der richtige Weg. Ich meine, sie hat sich ja auch darüber beschwert, dass ich die Abmahnung veröffentlicht habe, so, und was dachte sie denn, was passiert? Also, ich mache seit elf Monaten oder zwölf Monaten ja angeblich alles, was ich habe, von ihr zu Content. Dann ist doch klar, dass, wenn ich die erste Abmahnung schon veröffentlicht habe, dass ich die zweite Abmahnung auch veröffentliche. Also, das sind so Dinge, die ich jetzt einfach nicht nachvollziehen kann, um ehrlich zu sein. Und, ja, sie verhält sich momentan wirklich wie der Drachenlord, ne, keine Fehler einsehen, alle anderen sind dumm, sie ist ganz oben mit dabei, sie gewinnt alles, sie ist überall die beste Person und sie hat ja überhaupt nichts falsch gemacht. Und ich glaube aber nicht, dass sie das macht, um im Gespräch zu bleiben, sondern ich glaube, dass sie, wie gesagt, so in ihrer Welt lebt mit ihren Ja-Sager-Freunden und vielleicht auch der Anwalt, der teilweise tatsächlich einfach keine gute Arbeit leistet, meiner Meinung nach. Ja, dass sie da so sehr weit fern in ihrer, also sehr weit weg ist und ich glaube nicht, dass sie versucht, im Gespräch zu bleiben, sondern ich kann es per se ja auch verstehen, dass sie in einem Livestream über mich redet, weil sie hat halt recht. In den letzten elf oder zwölf Monaten hat sie bis auf ein, zweimal kaum irgendwas dazu gesagt, sondern quasi einfach ihren Content weitergemacht. Bis sie dann im Dezember auf jeden Fall angefangen hat, sich zu äußern oder mal einen Tweet gemacht oder so, aber halt nicht weiter. Und, ähm, ja, jetzt kommt das quasi alles einfach so raus, ne, und, äh, teilweise nicht so kluge Aussagen auf jeden Fall, aber, ähm, ja, gucken wir mal, was das in Zukunft wird, würde ich sagen. Gab es einen Beef, den du bereut hast oder dir die Gegenseite danach leid tat? Ja, also jetzt im Nachhinein, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, auf jeden Fall die Videos, die ich über, äh, Vizka Barca gemacht habe. Der hat ja damals in ein, zwei Videos seine Schwester sexualisiert und Jahre später hat er ja erst ein Statement gemacht, dass irgendwie der Mann von seiner Schwester irgendwie gesagt hat, dass er das machen soll und, äh, die auch irgendwie da finanziell abgezogen hat oder, oder ihn unter Druck gesetzt hat, wie auch immer, halt so ungefähr. Da hat er mir schon leid getan, weil das halt Informationen gewesen sind, die man auf jeden Fall nicht hatte. Ähm, ja, gibt es einen Beef, den ich bereut habe? Jetzt wirklich bereut eigentlich nicht. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mit irgendwelchen Leuten danach noch krass Beef habe, so, ne? Man muss die Beefs ja dann quasi immer in der Zeit sehen, wo sie passiert sind und da, keine Ahnung, gibt es bestimmt ein, zwei Sachen, wo ich mir, wenn ich mich jetzt hier alle Beefs nochmal angucke, also eigentlich ja jeder, wo ich halt auch sage, ja, okay, hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen, aber eigentlich ist das tatsächlich nicht so, ne? Ich habe mal ein, zwei Videos zu Justin gemacht, war auch nicht so korrekt. Ich denke, einige Videos und Fronts, die ich gegen ABK rausgehauen habe, waren auch nicht wirklich korrekt. Ich denke, auch da sehe ich auf jeden Fall den Fehler ein, aber ansonsten finde ich das jetzt nicht, also finde ich jetzt nicht, dass ich da irgendwas bereue tatsächlich und, ähm, die Gegenseite hat mir auch halt nie leid getan, ne? Weil, also, zu einem Beef gehören ja erstmal zwei, ne? Als Beef, ja gut, Vizca Bassa war jetzt dann auch theoretisch kein Beef, aber, ähm, ja, tatsächlich, gerade wenn man dann darauf eingeht, ist man ja halt selber schuld und, ähm, weiß nicht, bin da jetzt sowieso nicht der Empathischste. Ähm, ich denke, viele Videos, also klar gibt es bestimmt Videos, wo man im Nachhinein sagt, war jetzt vielleicht ein bisschen unnötig oder war zu sehr drauf. Es gibt jetzt aber nichts, wo ich ansonsten zu dem, was ich schon gesagt habe, jetzt auch sagen würde, okay, da tut mir die Gegenseite jetzt so krass leid, da habe ich wirklich einen Fehler gemacht, ne? Also klar, früher vielleicht die Beleidigungen waren auf jeden Fall unnötig, da habe ich schon ein paar unnötige Fronts und so weiter rausgehauen, also das auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten bereue ich tatsächlich keinen Beef, jetzt halt so wirklich, ne? Ich sag mal so, die Sache mit Zabex damals ist auf jeden Fall zum Beispiel sehr doof gelaufen, da sehe ich den Fehler auf jeden Fall bei mir. Ich werde jetzt nicht das ganze Thema wieder hochholen, aber, ähm, ja, der hatte damals auf jeden Fall so krass Stress wegen, ähm, wegen meiner, also mit meiner damaligen Freundin, also Gina zu der Zeit halt noch. Und, äh, ja, da habe ich mich nicht cool verhalten, ähm, ich denke, da hat er sich auch nicht cool verhalten. Da habe ich auch damals, haben wir dann den Anwalt eingeschaltet, war auch absolut unnötig, gar keine Frage, wir haben das aber auch nicht weiter verfolgt. Wir haben das dann auf jeden Fall liegen lassen, ne? Dafür auf jeden Fall nochmal dicke Sorry, hätte auf jeden Fall nicht sein müssen, so, ne? Also ich sag mal so, den Beef mit Zabex, das ist ja dann teilweise auch öffentlich gemacht worden und so, und da haben wir uns rum beleidigt und so, ne? Also das ist halt eine Sache, die auf jeden Fall sehr, sehr schade ist, dass das halt so gelaufen ist. Ähm, ansonsten überlege ich gerade, ja, ansonsten, ansonsten eigentlich nicht. Also das ist so das Einzige, wo ich sage, da haben wir uns beide, glaube ich, sehr schlecht verhalten. Ähm, ich sag mal, ja, Beef kann man das jetzt nicht nennen, aber irgendwie, wie es mit Gaffi auseinander ist, ist natürlich auch sehr schade gewesen. Ne, es war halt so, wir hatten halt früher mal so eine Vierergruppe, ich, keine Sorge Gaffi, wenn du das siehst, so viel sage ich nicht. Aber wir hatten quasi mal so eine Vierergruppe, auch mit Omji, vielleicht kennen den einige aus ein paar Jock Your Life Folgen noch. Und, ähm, die Freundin von Marvin, also Omji hat mich halt des Öfteren online gefrontet. So, und generell, natürlich, du kannst deiner Freundin nichts verbieten und soll man auch nicht. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass man nicht die Freunde, äh, von seinem Freund irgendwie online fronten oder fertig machen sollte. So, ich finde, das ist halt so ein Grundsatzding. Also Gina hat auch, wo wir noch zusammen waren und mal gestreamt haben, hat die auch Timo öffentlich gefrontet, so in meinen Twitch-Stream, wo ich dann auch zu ihr gesagt habe, so, ey, du kannst, also, deine Meinung zu Timos Sachen soll sein, was es ist. So, ich zwinge dich auch nicht, seine Musik zu hören oder seine Videos gut zu finden oder sonst irgendwas. Aber du hast nicht öffentlich und vor allem nicht auf meinem Twitch-Kanal gegen ihn zu schießen, weil ich mit ihm befreundet bin. So, ich finde, das gehört einfach so zu Respekt halt dazu. Und, äh, Gaffis Freundin hat mich dann auch einmal, äh, gefrontet oder zweimal gefrontet auf Twitter. Dann habe ich irgendwie so einen Joke in einem, in einem Video gebracht und dann, äh, ja, ist das Ganze halt so auseinandergebrochen. Näher will ich da auf jeden Fall nicht eingehen. Fand ich aber auf jeden Fall sehr schade, ne? Ähm, wie gesagt, ich hätte mich zum Beispiel mindestens mal gefreut, wenn jetzt zum Beispiel Omji gekommen wäre und gesagt hätte, ey, ne, sorry, dass sie defrontet, ist nicht meine Meinung. Tut mir leid, ich kann es auch nicht verhindern, ich habe mit ihr geredet, aber sie will weitermachen. So, dann wäre ja alles geklärt. Bei Gaffi genau das Gleiche, aber das war so dieses, man hatte sowieso schon eigentlich auch seit einem Jahr oder zwei auch keinen richtigen Kontakt mehr. Also, Freundschaft habe ich das, oder hätte ich das sowieso nicht genannt, auch gerade nicht zu der Zeit. So, das war, ähm, das hat sich schon alles auf jeden Fall sehr krass verlaufen. Aber fand ich auf jeden Fall dann auch den Text, ohne jetzt drauf einzugehen, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schade, weil da viele Vorwürfe gemacht worden sind, die einfach faktisch falsch gewesen sind und wo Gaffi sich auch gar keine Meinung zu bilden konnte. Und das hat mich auf jeden Fall auch ein bisschen verletzt. Online gab es jetzt dazu keinen krassen Beef, ne, aber dadurch, dass ja diese Fronts von den Freundinnen vorausgegangen sind, habe ich das jetzt ja einfach mal mit reingepackt. Ja, ansonsten, wie gesagt, es gibt bestimmt ein, zwei Sachen, die man halt so ein bisschen bereut, aber jetzt nichts krasses oder wo mir die Gegenseite jetzt leid getan hat, ne. Du erwähnst ja in letzter Zeit gelegentlich, dass du in Braunschweig ganz cool als Großstadt findest und meintest auch mal, alles, was du nicht in Braunschweig hast, hast du in Wolfsburg und Hannover. Als jemand, der selber aus dieser Ecke kommt, was liegt dir an Braunschweig, beziehungsweise was schätzt du so sehr an deiner Stadt und die Region LG? Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also, ähm, was ich an Braunschweig schätze, ist schon mal generell einfach die Größe. Also, Braunschweig hat 250.000 Einwohner, Pi mal Daumen ungefähr, ist damit eine Großstadt, ist aber trotzdem super leicht zu erreichen. Also, sowohl natürlich mit dem Auto, du bist in zehn Minuten bist du durch ganz Braunschweig gefahren, weil auch viele Vororte noch dazu gehören, wo auch viele Leute wohnen, und auf der anderen Seite aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es wirklich super zu erreichen. Also, in Berlin ist es ja wirklich so, dass wenn du bei Tinder ein Match in Berlin hast, ja, dann kannst du teilweise trotzdem eine Stunde oder zwei fahren, zwei vielleicht nicht, aber eine Stunde, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Und das ist mir einfach viel zu viel Stadt. So, Braunschweig hat halt so diesen Kern, der wirklich eine Stadt ist, aber es ist halt, hat halt nicht so dieses Großstadtding, wo einfach Gebäude an Gebäude an Gebäude ist und alles ist komplett zugeflastert mit Straßen und Parkplätzen und so weiter, sondern es ist ja halt noch, ja, so eine Stadt, die trotzdem noch so einen ländlichen Charme hat, sage ich mal. Also, Braunschweig, würde ich jetzt einfach mal behaupten, im Vergleich zu anderen Städten, ist auf jeden Fall schon mal sehr grün. Und gerade dieses Schnell erreichen ist halt super, weil du überall hinkommst. Also, mit einem Taxi, selbst wenn ich einmal durch Braunschweig fahre, sind das vielleicht 30 Euro oder so, in Berlin zahlst du wahrscheinlich 100 und da musst du ja auch einfach mit dem Zug und so weiterfahren. Das fand ich auch krass, weil das erste Mal, wo ich in Köln war, das ist ja wirklich normal, dass du von einem zum anderen Stadtteil mit dem Zug fährst. Digga, in Braunschweig bin ich vorher, wenn ich jetzt nicht gerade nach Salzgitterbad gefahren bin oder so, nie Zug gefahren, weil das halt alles einfach so klein und kompakt ist. Und das schätze ich auf jeden Fall schon mal sehr. Ja, dann, ja gut, generell, finde ich, gibt es ansonsten gar nicht so viel, was mich jetzt so an Braunschweig als Stadt halt sonst schätze. Einfach so die Größe, die Leute natürlich, dass ich hier meine Freunde habe. Und ich finde, das macht eine Stadt für mich auch viel mehr aus einfach. Also, einfach, dass ich hier meine Freunde habe. Klar, die könnte ich auch in jeder anderen Stadt haben. Ich habe sie halt aber hier in Braunschweig. Und dementsprechend finde ich natürlich die Stadt deutlich cooler. Also, ich finde, eine Stadt, also vieles macht nicht die Stadt als Name aus oder was sie hat, sondern einfach auch die Leute, die da halt wohnen. Und logischerweise habe ich hier halt meine ganzen Personen. Deswegen schätze ich die Stadt natürlich nochmal umso mehr. Und wie gesagt, dass man sehr nah an der Natur dran ist. Also, ich fahre zehn Minuten, bin in einem Wald. Das Harzgebiet ist wirklich sehr nah dran. Ich sage mal, Hannover ist ja dann noch eine höhere Stadt, also größere Stadt. Ich glaube, 500.000 oder wie viel Einwohner auch immer. Alles, was du nicht im Braunschweig hast, hast du in Hannover. Also, ich habe da zum Beispiel mein iPad geholt, weil die am Apple Store haben wir nicht beispielsweise. Oder auch in Wolfsburg gibt es, keine Ahnung, das Outlet, das große Schwimmbad, Badeland. Und keine Ahnung, so Sachen wie das Phäno beispielsweise. Also, es geht irgendwo hier in der Ecke, geht auf jeden Fall immer irgendwas. Und deswegen schätze ich die Stadt auf jeden Fall halt so sehr. Ja, ich fühle mich hier halt einfach wohl. Für mich ist halt, also ich bin jetzt ja sowieso, also theoretisch schon Stadtkind so, aber ich finde so dieses Ländliche finde ich immer gut, wenn so viel Grün ist und so weiter. Das hat man hier, es ist alles sehr kompakt. Man hat hier auf jeden Fall die wichtigsten Sachen noch in der Stadt. Deswegen bin ich zufrieden. Wie stehst du heute zu dem Video Deine schlechteste Community? War ja damals schon ein großes Thema. Ja, also, ich habe ja relativ zeitig auf jeden Fall schon damals ein Statement dazu gemacht, dass ich nicht so wirklich dahinter stehe. Für die Leute, die das Video nicht kennen, ich habe ein Video gemacht, wo ich mich darüber beschwert habe, dass ich doch relativ wenig Zusammenhalt in meiner Community spüre, was halt mich als Person angeht. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich zu der Zeit auch generell eine schwierige Phase auf YouTube einfach hatte. Ich habe gerade meinen Partnerstatus verloren. Die Klicks sind auf jeden Fall halt ein bisschen runtergegangen zu der Zeit auch. Und ich wusste halt schon, dass ich früher oder später auf jeden Fall Steuerschulden haben werde. Und das Ganze ist natürlich jetzt nicht allzu gut, muss man auf jeden Fall sagen. Also, ich würde einfach mal behaupten, dass es bessere Voraussetzungen auf jeden Fall gibt. Und ja, ich habe dann dieses Video gemacht, wo ich halt so meinte, dass ich es schade finde, dass zum Beispiel neue Projekte von mir nicht so angenommen werden. Ich habe mal, ich glaube, Amazon-Fails oder sowas gemacht oder irgendwie die YouTube-Polizei. Das war so ein Sketch-Video. Und da habe ich richtig viel Zeit reingepackt, habe da wirklich stundenlang dran gearbeitet. Und am Ende habe ich weniger Klicks als jedes andere Video gehabt. Oder dass zum Beispiel Leute meine Amazon-Links und so weiter kaum nutzen. Man hat gemerkt, dass generell die Nutzung dieser Links extrem runtergegangen ist. Also, es gab Monate vor Jahren, da habe ich so 2.000 Euro damit im Monat gemacht. Und dann waren es halt nur noch 100 oder 200. Und natürlich hätte ich mich gefreut oder würde ich mich immer noch freuen. Man feiert natürlich meine Videos, vielleicht mich jetzt als Person ein bisschen weniger. Aber wenn man da sagt, ey Tim, ich speichere mir den Amazon-Link ab. Man zahlt auch nicht mehr, sondern Amazon gibt mir dann irgendwie 5 bis 20 Prozent, je nach Produkt oder 3 bis 20 Prozent, ich weiß es gar nicht mehr, einfach als Provision. Und sowas unterstützt mich natürlich, wenn ich aus dem Partnerprogramm fliege. Wenn ich damit dann 1.000, 2.000 Euro mache, hätte mir das wirklich extrem geholfen. Man muss natürlich sagen, man kann die Zuschauer zu nicht zwingen. Die Frage ist auch immer, hätte man das selber gemacht. Also, ich zum Beispiel habe auch immer den Amazon-Link von einem Kollegen einfach eingespeichert gehabt, weil ich mir auch denke, so ey, der kriegt dann halt seine 5 Prozent, ich zahle nichts obendrauf. Und das ist in Ordnung. Aber natürlich, du kannst das nicht von der Community erwarten. Das würde bei keinem YouTuber gemacht werden. Ja, also ich bin irgendein Typ im Internet, der Videos hochlädt. Und klar, man feiert mich vielleicht, man feiert auch meine Videos, aber es ist natürlich klar, dass man jetzt nicht alle Hebel in Bewegung setzt, damit ich dann irgendwie ein bisschen Geld mache, weil ich meine Partnerschaft verloren habe. Ja, also das kann ich halt komplett verstehen. Ich denke, dass ich da auf jeden Fall auch nicht sehr fair zu meiner Community gewesen bin, weil ansonsten bin ich natürlich sehr zufrieden. Auch das Ding mit den neuen Projekten ist halt, ne. Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was ich mir halt auch selber einfach eingebrockt habe. Ich meine, ich mache seit, keine Ahnung, 8 oder 10 Jahren mache ich diese Kuchen-Talks. Und irgendwann hat es sich so ergeben, dass mit den Cake-News, dass die einzigen Formate sind, die ich auf meinem Kanal mache, damals war es vielleicht noch nicht so ganz so schlimm. Aber natürlich, wenn ich plötzlich was ganz anderes hochlade, was die Leute gar nicht gewohnt sind und was die Leute vielleicht auch gar nicht sehen wollen, ne. Weil das war schon ein Video, was sehr auf Humor gebaut gewesen ist. Jetzt unabhängig, ob man mich lustig findet oder nicht, will man aber vielleicht lieber diese Meinungsvideos einfach sehen. Und da kann ich halt verstehen, wenn die Leute sagen so, hey, das interessiert mich nicht, das ist nicht das, was ich von KuchenTV sehen möchte und deswegen klicke ich da nicht drauf. Das hat man sich irgendwo auch selber zuzuschreiben, weil ich, wenn du natürlich zum Beispiel bei den Kuchen-Talks, wenn ich jetzt irgendwas, irgendein Thema hochladen würde, was gar nicht auf den Kanal passt, natürlich würde das dann weniger Klicks bekommen. Wenn ich aber von Anfang an ein viel breiteres Themenfeld gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auf dieses Video auch mehr Klicks gehabt, weil die Leute wissen, dass es hier halt ein breit gefächertes Themenfeld gibt und nicht nur irgendwelche YouTube-Sachen, über die ich berichte, ne. Also da bin ich dann auf jeden Fall zum Teil selber mitschuld und ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Video, was ich halt bereue. Das war halt so ein bisschen auch aus Abgefucktheit einfach gemacht, ne, weil es halt alles einfach nicht mehr so gut lief und ja, hat man sich auf jeden Fall, war auf jeden Fall generell eine schwierige Zeit, aber ich denke, dass wir das auf jeden Fall ganz gut hinbekommen haben. So, was fühlst, denkst du immer, wenn dir jemand schreibt, dass du ihm in einer sehr schweren Zeit geholfen und vor sehr schlimmen Dingen bewahrt hast? Ist das egal oder denkst du dir manchmal so, Junge, eigentlich ist das richtig krass, ich mache nur so Videos und helfe Leuten, damit denen es schlecht geht? Ja, also ich bin natürlich jetzt erstmal nicht der Empathischste, ich denke mal, das ist natürlich klar, aber ich freue mich natürlich trotzdem riesig über so ein Lob. Also ich finde, es ist eigentlich das Krasseste, was man jemandem als Lob geben kann, neben, dass diese fünf Sekunden im Bett wirklich unfassbar krass gewesen sind und sich alles gegeben habe. Das sollte mir schreiben, dass man ihnen in einer schweren Zeit geholfen hat, denn auch da kann man ja theoretisch jeden YouTuber nehmen, man kann alle Videos gucken, logischerweise, man kann jeden Streamer sehen und diese Person fand mich in dem Fall dann wahrscheinlich so sympathisch, dass sie sich gesagt hat, ey, der ist genauso drauf wie ich, der feiert genau die gleichen Sachen wie ich vielleicht, der hat genau die Meinungen wie ich, den gucke ich jetzt, um mich halt abzulenken von was auch immer passiert ist. Da freut man sich tatsächlich halt riesig drüber so. Klar, ich habe natürlich mit der Person halt nichts zu tun, aber ich finde es krass, wenn quasi Leute, die halt nur meine Videos gucken, dann so diese Verbundenheit haben, sage ich mal mehr oder weniger, dass ich wirklich die Kraft habe, alleine durch meine Videos oder das, was ich generell online so mache, ob das jetzt Livestreams sind oder sonst irgendwas, dass ich der Person wirklich helfen kann, vielleicht auch mit schlimmen Dingen irgendwie klarzukommen oder so. Vielleicht habe ich in dem Filzstream auch eine Frage beantwortet, was der Person mega geholfen hat in einer schlimmen Zeit und natürlich freut man sich darüber und es ist eigentlich genau wie die Person schreibt. Also es ist schon sehr, sehr krass, wenn man so überlegt, dass ich ja einfach nur so Videos im Internet mache und damit so viele Leute erreiche und auf manche Leute ja auf jeden Fall halt einen positiven Einfluss habe. Ja, manche Leute sagen auch, dass sie durch mir so ein bisschen das Argumentieren gelernt haben, also in dem Sinne so Sachen in der Frage überlegen, okay, warum sieht man das so, wie ich das sehe und nicht wie die andere Person. Ob das jetzt wirklich dann durch mich kommt oder durch meine Videos, als ob man das da lernt, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber per se ist sowas halt ein krasses Lob, was man kriegen kann. Dann sieht man, dass man nicht nur irgendwie die Leute unterhält, sondern dass man teilweise ja auch wirklich Menschen einfach hilft und unterstützt, auch in schweren Zeiten. Und das, ja, gibt einem auf jeden Fall schon halt ein bisschen was, wenn man sich das so vor Augen fühlt, dass man da wirklich halt trotzdem was Gutes tut, auch wenn es natürlich, keine Ahnung, in erster Linie darum geht, dass ich natürlich ja Geld mache, ist mein Job, aber auch einfach Spaß daran habe, diese Videos zu erstellen und dann trotzdem nebenbei einfach so passiv noch was Gutes tue. Da freut man sich auf jeden Fall rüber. Das ist auch generell krass, wenn ich so überlege, dass meine Videos machen jetzt im Durchschnitt wieder über 200.000 Aufrufe. Das ist auch so krass, wenn man so überlegt, so, wenn ich jetzt ein Video hochlade, einfach 200.000 Leute stehen vor dir und gucken dein Video. Gerade dann kommt das bei mir immer so, dass man sich so zurückerinnert. So, die ersten Jahre habe ich ja auf YouTube gar keinen Erfolg gehabt. Also, ich weiß noch, da hatte ich, glaube ich, irgendwie so 6.000 Abonnenten. Da war einer aus dem FSJ auf jeden Fall. Mit dem bin ich gerade irgendwie nach Hause gegangen. Wir haben auch ein bisschen darüber geredet. Und dann meinte auch so zu mir, naja gut, deine Hoffnung ist natürlich, dass das in Zukunft steigt. Und wenn ich so überlege, wie damals so die Situation gewesen ist und jetzt einfach 1,12 Millionen Abonnenten auf dem Hauptkanal, ist es halt schon wirklich sehr, sehr krass, was man sich da irgendwie mit der Zeit aufgebaut hat und auch wie viele Zuschauer man einfach hat. Also, ich finde es halt genauso heftig, dass irgendwie, keine Ahnung, NDR hat einfach über mich berichtet. Also, NDR Niedersachsen halt. Und weiß ich nicht, dass man als Person dann irgendwo so relevant ist, dass irgendwas bei mir im Leben passiert, ging natürlich um die Twitch-Sperre. So, dass darüber einfach berichtet wird. So, das ist auch einfach krass. Genauso, keine Ahnung, diese E-Mail von dieser Antifa mit dem Konzert. Natürlich, auf der einen Seite denkt man sich so, was für ein blöder Typ, dass er diese E-Mail schreibt. Auf der anderen Seite denke ich mir halt wirklich so, Alter, du hast so eine krasse Reichweite und du hast so einen Impact auf diesen Menschen, auch wenn das halt in einem negativen Kontext ist, dass er sich wirklich stundenlang die Mühe macht, diese E-Mail zu schreiben, einfach nur um dir zu schaden. So, keine Ahnung, also wie krass musst du dann als Person irgendwo sein für diese eine Person, dass sie sich diese Mühe macht. Und dann denke ich mir wieder so, boah, heftig, dass ich mir das aufgebaut habe. So, vor zehn Jahren hätten diese, oder hätten mich generell Leute nicht mal mit dem Arsch angeguckt, sage ich mal. Oder auch auf YouTube-Party super wenig Aufrufe. Und jetzt sind wir wirklich so weit, dass Leute so eine krasse E-Mail schreiben. Also krass von der Länge her, vom Inhalt her war das absoluter Müll. Und das ist wirklich heftig. Und wie gesagt, ich freue mich natürlich mega, wenn ich euch da gerade auch in einer schweren Zeit und so weiter unterstützen kann. Ja, das waren tatsächlich die Fragen für diese Folge. Chillige 40 Minuten, Timo hat auf jeden Fall Bock. Und ja, wie gesagt, schreibt gerne Fragen in die Kommentare. Wie gesagt, nicht so billig Fragen. Irgendwas zum Thema Influencer, YouTube, Twitch, alles was dazugehört, wie gesagt, kann auch was Persönliches sein. Gerne auch mehr allgemeine Fragen. Außer es gefällt euch, dass ich hier eher so ein persönliches Ding draus mache. Dann macht halt auch gerne das. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye.